Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Messer am Start. Heute machen wir ein kleines Unboxing Video. Ich habe heute Pakete bekommen nach 4 Wochen endlich mal von Neosubs und die packen wir jetzt gemeinsam aus. Ich würde sagen, let's go und viel Spaß mit dem Video. Wir haben nun Paket Nummer 1. Das ist ein Riesenpaket von Neosubs, aber diesmal riesig gemacht. Da müsste mein Pump Booster drin sein. So Freunde, ich habe es gesagt, endlich ist er wieder da. Ich brauche langsam wieder Zeit. Doch direkt mal Zeit für so ein bisschen Pump Booster. Wasermelone, Granatapfel, Wassermelone. Das stimmt ja, wenn jetzt mal hatte ich normal Geschmack ist, haben sie neue Geschmackssachen reingebracht. Und Wassermelone, Granatapfel ist wirklich, boah, da freue ich mich drauf, den auszuprobieren morgen. Und was haben wir noch dabei? Ich müsste normalerweise Lieferschein sein. Lieferschein und eine Maske, die ich jetzt natürlich anziehen werde. So vorne, ich weiß nicht, ob man mich sieht, aber das ist jetzt natürlich nice. Also ich würde wahrscheinlich jetzt bei jedem Video diese geile Maske anziehen. Selbst nach Corona würde ich daran ziehen, weil es einfach nur geil ist. So, wir gehen jetzt zu Nummer 2. Nummer 2 befindet sich, ja, das Neosubspaket, was vom Design her viel besser ist, muss ich ehrlich gestehen. Einmal, ah, ich mache es euch in eine andere Richtung, Kamera. 3, 2, 1, bist du bereit für deine neuesten Supplements? Ja, sieht leer aus, wenn man das so umgetrachtet jetzt. Aber da ist einfach nur eine beschissene Vitamin D3 drin. Ja, da vor mir auch drauf war Vitamin D3 plus K2. Warum habe ich euch das 1 in dem Paket, dem Paket? Kann ich euch sagen, ich habe bestellte über Neosubs aus Versehen Vitamin D3 plus K3, ohne den Haken zu machen bei der Maske. Da muss ich direkt, ah scheiße, ich habe einen Pump-Booster sowieso haben. Komm, bezahle ich jetzt das und das und mache diesmal einen Haken für die Maske. Ja, ist scheiße gelaufen, aber so ist das. Ja, ist alles jetzt drin, das ist das Anwachschen heute, Freunde. Ich kann jetzt leider keinem Pump-Booster sagen, dass ich ihn einnehmen werde. Ich werde ihm jetzt einen Döner reinziehen. Ich habe den ersten schon gegessen, jetzt werde ich den zweiten. Weil ich muss ein bisschen aufbauen, Muskelmasse, versteht ihr? Da muss ein bisschen mehr kommen, obwohl ich schon sehr viel habe. Ich habe übrigens Kevin Wolter geschrieben. Und ich kam noch nicht dazu, seine Sachen zu lesen, was er geschrieben hat. Ich glaube, er hat geantwortet. Ja, ich werde jetzt mal Vitamin D3 jetzt einnehmen. Und natürlich meinen Döner essen. Und das Video schneiden. Und ich habe hier Muskelstick für Speedy. Muss ich auch noch schneiden. In diesem Sinne, Freunde. Sag ich mal ganz schlicht, bis zum nächsten Video. Haut rein. Vergesst den Daumen nicht, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Video. Peace out. Haut rein. Ciao.